Der Apostel Petrus beschreibt die Gemeinde als ein Haus der lebendigen Steine im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, in den Versen 4 bis 8 mit folgenden Worten. Zu ihm, zu Christus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir schauen uns heute dieses Haus der lebendigen Steine etwas näher an. Wir tun dies in der richtigen Reihenfolge. Erst das Fundament und dann das Bauwerk. Das Fundament dieses göttlichen Bauwerkes ist Jesus Christus selbst. Was zeichnet ihn als lebendiges Fundament aus? Petrus schreibt, zu ihm kommt als den lebendigen Stein. Christus ist der lebendige Stein. Er trägt in sich die ganze Fülle des göttlichen und geistlichen Lebens. Jesus kann von sich selbst auch sagen, ich bin das Leben. Wer das Leben sucht, muss zu ihm kommen. Nur mit Jesus und in Jesus sind wir wirklich lebendig. Ohne Jesus existieren wir nur. Die Gemeinde, die auf Jesus Christus gegründet ist und mit ihm in Verbindung lebt, ist ein lebendiger Organismus. Alle Teile dieses Organismus leben. Sie arbeiten zusammen, wachsen gemeinsam, denn jeder hat das Leben in sich durch Christus, mit dem wir alle verbunden sind. Es geht hier also nicht um eine tote, kalte Organisationsstruktur, sondern um einen Organismus, der lebendig ist und er lebt vom Fundament her, von Jesus Christus. Zu ihm kommt, sagt der Apostel Petrus. Wenn Petrus diese Worte schreibt, dann ist dieses Kommen nicht als eine evangelistische Einladung zu verstehen. Petrus schreibt ja an Christen, die bereits zu Christus gekommen sind und in ihm das Leben gefunden haben. Aber auch als Christen bleiben wir nicht stehen, sondern wir sollen unser Leben lang Christus näher kommen, ihm ähnlicher werden, uns an Christus orientieren. Mit diesem Kommen umschreibt Petrus also die ganze Dynamik des christlichen Lebens, eines jeden einzelnen Christen, aber vielmehr auch das gemeinsame Leben der Kinder Gottes. Christus ist der lebendige Stein. Durch ihn wird unser geistliches Leben gestärkt und genährt. Christus ist wie ein Magnet. Er zieht uns an. Wir kommen zu ihm. Wir sind durchdrungen mit dem Wunsch, ihn immer besser kennenzulernen. Da ist immer Bewegung im Leben eines Christen und im Leben der Gemeinde. Bewegung zu Christus hin. Ständige Veränderung, indem wir Christus immer ähnlicher werden. Ja, das Bauwerk der Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Christus ist aber nicht nur der lebendige Stein, sondern auch der verworfene Stein. Christus als der lebendige Stein ist von den Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Wer sich zu Christus bekennt, muss ebenfalls mit Verwerfung rechnen, aber bei Christus sind wir sicher. Er ist der Anker unserer Rettung. Er ist das Zentrum der Weltgeschichte. Er ist der Retter und der Herr. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn zum König auserwählt und eingesetzt. Und wenn auch jetzt dieser Stein noch verworfen ist, aber eines Tages werden alle Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Christus der Herr ist. Zur Ehre des Vaters. Petrus zitiert hier in unserem Textabschnitt aus Psalm 118, Vers 22 und aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 8, Vers 14, wo es heißt, dass wenn auch Christus als Stein von den Leuten verworfen wurde, so ist er doch zum Eckstein geworden. Als Eckstein ist er aber auch ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Der Apostel Paulus schreibt, dass Jesus den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit ist. Für die Juden ist Christus ein Ärgernis. Als Jesus deutlich über seine Identität als Messias sprach, da hoben sie Steine auf, um ihn zu töten. Das war ihnen zu viel. Für die Griechen ist Jesus eine Torheit. Als der Apostel Paulus Jesus in Athen verkündigte, der Metropole des griechischen Weltreiches, da hatten die Intellektuellen und Studierten Athens nur ihren Spott. Was will denn diese Saatkrähe uns sagen, riefen sie ihm zu. Ja, Jesus ist ein anstößiger Stein. Du kannst mit den Menschen über alles reden, über Gott und die Welt. Aber sobald der Name Jesus fällt, wird es auf einmal peinlich. Du bekommst das Gefühl, dass du etwas Unanständiges gesagt hast. Entweder die anderen hüllen sich in peinliches Schweigen oder sie werden böse. Andere werden dich belächeln. Es lässt sich nicht neutral über Jesus reden. Da liegt ein Stein im Weg. Jesus wurde verworfen. Verworfen und entsorgt wie Bauschutt auf Golgatha, einer der Müllkippen Jerusalems. Genauso ist Jesus auch heute für viele unbrauchbar. Jesus wird verworfen, noch bevor sie sich diesen besonderen Stein von allen Seiten angeschaut haben. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Vor Grundlegung der Welt hat der Vater seinen Sohn zum Retter der Welt auserwählt. Sein Sohn ist ihm so kostbar. Bei seiner Taufe sagt er, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Matthäus Kapitel 17, Vers 5 Das Fundament und der Eckstein des Hauses der lebendigen Steine ist Jesus Christus. Er ist der lebendige Stein. Er ist der Eckstein. Er ist der anstößige Stein. Er ist der verworfene Stein. Aber auch der auserwählte und kostbare Stein. Doch was meint es, wenn wir von Christus als dem Eckstein im Bauwerk der Gemeinde unseres Herrn reden? Wenn Petrus von Christus als dem Eckstein schreibt, dann tut er es auch, weil Jesus sich selbst so bezeichnete. In Markus Kapitel 12, im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Weinberg, bezeichnet sich Jesus selbst als Eckstein. Der Eckstein kann auch als Grundstein oder als Schlussstein wiedergegeben werden. Paulus gebraucht diesen Begriff in Epheser Kapitel 2, Vers 20 über die Gemeinde. Sie ist erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Doch was meinen wir, wenn wir Christus als den Eckstein sehen? Zuerst, der Eckstein gibt die richtige Ausrichtung. Christus ist der Eckstein im Hause Gottes der Gemeinde. So wie bei einem Hausbau genau darauf geachtet werden muss, dass die Ecke, sprich der rechte Winkel, akkurat eingebaut wird, weil nach ihm das ganze Haus ausgerichtet wird, ist Jesus die rechte Ecke, nach der unser gesamtes Glaubensleben ausgerichtet sein muss. Jesus ist quasi der rechte Winkel unseres Lebens. Er ist der Garant, dass unser Glaube im Winkel ist. Willst du gesunden Glauben und gesunde Lehre? Dann richte dich an Christus aus. Beim Betrachten solcher Ecksteine wird uns noch etwas weiteres bewusst. Die Ecksteine greifen tief in die Wände beider Richtungen. Das heißt, der Eckstein sorgt für Stabilität und Zusammenhalt. Der Eckstein verbindet zwei Wände miteinander. Genauso sind Juden und Heiden durch den Eckstein Jesus Christus eins geworden. Er bindet zusammen. Nicht nur Juden und Heiden, sondern auch Männer und Frauen, Junge und Alte, verschiedene Stämme und Menschen aus allerlei Kulturen und Hautfarben. Christus vereint sie als Eckstein in seiner Gemeinde. Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Eckstein der Liebe, der uns eins gemacht hat mit dem Vater. Jesus ist das Zentrum, das Herz unseres Glaubens, der Fixpunkt unseres Heils, das A und das O, Anfang und Ende. In Christus ist die Einheit des Bauwerkes der Gemeinde sicher. Christus verbindet uns und hält uns zusammen. Er ist das Fundament und der Eckstein. Jetzt wollen wir uns das Bauwerk näher anschauen. Petrus sagt, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause. Jeder Gläubige wird jetzt mit einem Stein verglichen, der in das Bauwerk der Gemeinde Jesu eingefügt wird. In Wirklichkeit sprechen wir ja nie von lebendigen Steinen. Steine sind tot, kalt, leblos, hart und spitz. Sie können sogar unsere Füße verletzen. Steine sind tot. So ist es auch mit uns Christen gewesen. Von Natur aus waren wir alle tot in Übertretungen und Sünden. Und dass wir lebendig gemacht wurden, verdanken wir allein der Gnade Gottes. Von Natur waren wir unbrauchbar, lagen im Steinhaufen dieser Welt, total schäbig, kantig, mit abstoßendem Geruch. Aber Jesus hat uns gerufen und lebendig gemacht. Er hat uns aus dem Steinhaufen dieser Welt herausgerufen, erwählt, geheiligt, das heißt ja abgesondert von allen anderen toten Steinen und lebendig gemacht. Er, der das Leben ist, er, der lebendige Stein, er hat auch uns lebendig gemacht. Und weil wir mit ihm verbunden sind, dürfen wir auch jetzt lebendige Steine sein. Petrus macht das gleich am Beginn seines Briefes deutlich. Hören wir einmal genau hin, wie er seine Empfänger anspricht. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. An die Fremdlinge in der Zerstreuung, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Petrus macht also deutlich, ihr wart einmal tote Steine im Steinschutt dieser Welt. Aber Gott hat euch gesehen und in seinem Sohn Jesus Christus hat er euch herausgerufen. Ihr seid auserwählt. Jetzt seid ihr lebendige Steine. Ihr gehört zum Bauwerk Gottes, zu seiner Gemeinde. Es ist immer ein Wunder, wenn ein toter Stein lebendig wird. Dieses Wunder ist das Werk der Neuwerdung, der Wiedergeburt, die der Geist Gottes in uns bewirkt hat. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause. In dieser Aussage sehen wir eine Tatsache und eine darauf folgende Aufforderung. Ihr seid lebendige Steine und weil es so ist, darum erbaut euch auch zum geistlichen Hause. Jesus hat dich zum Leben erweckt. Du bist ein lebendiger Stein. Natürlich ist der lebendige Stein noch nicht perfekt und keiner wird behaupten, dass er ein perfekter Christ sei. Aber Jesus arbeitet an uns. Christus ist jetzt unser Baumeister. Da müssen spitze Kanten und Zacken weggeklopft werden. Wir müssen geformt und gestaltet werden, solange bis wir nahtlos und gut in das Haus der lebendigen Steine hineinpassen. Das ist dann oft schmerzhaft. Es kann auch wehtun. Aber es muss sein. Und das geht nur auf der Baustelle der Gemeinde. Hier wirst du zusammen mit den anderen Steinen von Jesus Christus geprägt, geformt, gestaltet. Jeder lebendige Stein, der in das Bauwerk der Gemeinde Jesu eingefügt werden soll, hat sechs Seiten. Jede einzelne Seite hat ihre eigene und ihre ganz bestimmte Aufgabe im Haus der lebendigen Steine. Da ist die Unterseite und die Oberseite. Da sind aber auch die Nebenseiten. Und jede Seite hat eine wichtige Funktion und Bedeutung. Fangen wir mit der Unterseite an. Die Unterseite wird getragen von anderen Steinen. Es ist eine großartige Erfahrung, in einer Gemeinde von Schwestern und Brüdern mitgetragen zu werden. Sie tragen dich im Gebet. Sie tragen dich in deiner Schwachheit. Ja, sie tragen und halten dich aus mit deinen Spitzen und Kanten. Wir werden in der Gemeinde getragen. Dann ist da die Oberseite. Die Oberseite des Steines trägt andere mit. Was ich von Jesus empfangen habe, darf ich weitergeben an andere. Mit meinen Gaben und Kräften unterstütze ich andere. Einer trage des anderen Last, so sagt es Paulus. Keiner muss mehr alleine sein und womöglich noch unter seiner Last zusammenbrechen. Du wirst in der Gemeinde getragen und du trägst gleichzeitig andere. Wen trägst du gerade? In deinen Gebeten? In seelsorgerlicher Begleitung? Mit der linken und rechten Seite kommt der Stein in Berührung zu den anderen Steinen. Die Steine links und rechts drücken auch manchmal und engen ein. Aber damit das Bauwerk fest zusammenhält, ist diese enge Kontaktaufnahme und Geschlossenheit des Bauwerkes besonders wichtig. Wir brauchen den engen Kontakt, die Gemeinschaft mit den anderen. Eine Seite des Steines wird nach außen gelegt. Es ist die Außenseite. Diese Seite kann jeder von außen sehen. Die Außenwirkung, die von der Gemeinde ausgeht, entscheidet darüber, ob andere sich von diesem Gebäude angezogen fühlen. In der Bibel steht dazu Kolosser Kapitel 4, Vers 5 Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Es ist unsere missionarische Außenwirkung. Wie nehmen mich meine Mitmenschen als Christ wahr? Jeder Stein im Bau der Gemeinde Jesu hat auch eine Innenseite. Da stehen wir mitten im Gemeindeleben, helfen mit und investieren uns in den geistlichen Aufbau. Darum die Aufforderung, baut euch auf. Jeder wird gebraucht mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Wichtig ist auch, dass sowohl die Außenwirkung und die Innenwirkung der Gemeinde in einer gesunden Balance zueinander stehen. Es gibt viele Gemeinden, die nur nach innen orientiert sind, aber ihr Umfeld in der Außenorientierung vergessen. Es darf niemals sein, dass jeder Stein für sich selbst dahin vegetiert. Nein, mit allen unseren Seiten erfüllen wir Aufgaben und Funktionen im gesamten Bauwerk der Gemeinde. Vergessen wir nicht, die Gemeinde unseres Herrn ist Baustelle. Da riecht es nach Arbeit. Da rinnt der Schweiß. Da ist jeder wichtig. Da wird jeder als Mitarbeiter Gottes gebraucht. Da baue ich an andere an und andere bauen mit. Da werden wir selbst geformt und helfen andere, ihren Platz zu finden. Da ist immer Leben. Leben entwickelt sich. Gemeinde leben bleibt niemals stehen. Wir gewinnen Weitsicht, aber auch tiefere Einsichten wachsen zusammen durch gemachte Erfahrungen, finden Wege, wie wir eine verlorene Welt mit dem Evangelium erreichen können. Das Leben auf der Baustelle Gottes ist immer voll im Gange. Lass dich einbauen. Einige Christen wollen die Gemeinde nicht als Baustelle haben. Sie wollen die Gemeinde lieber als Erlebnispark oder Erholungspark. Die Gemeinde ist aber kein Erlebnispark mit Action, Effekten, Adrenalinanstößen und Nervenkitzel. Die Gemeinde ist auch kein Erholungsgebiet zum Spazierengehen und Händchenhalten. Die Gemeinde ist kein Stadion, in dem einige wenige Spieler sich auf dem Spielfeld zeigen und die anderen sitzen auf den Zuschauerrängen und kommentieren und kritisieren das Spiel der Akteure. Die Gemeinde ist auch kein Museum zum Bewahren alter Traditionen und Kunstwerke aus längst vergangenen Tagen. Einige Ortsgemeinden scheinen manchmal so wie ein Erlebnispark zu sein. Natürlich dürfen und müssen wir kreativ bleiben in der Gestaltung unseres Gemeindelebens, insbesondere auch, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Aber es darf nicht so sein, dass das geistliche Auferbauen zu kurz kommt. Manche Christen gehen schon jahrelang in ihre Gemeinde, aber sind immer noch wie kleine Kinder. In ihrer Gemeinde konnten sie nicht geistlich wachsen. Gemeinden sollen aber Trainingslager für unseren Glauben sein. Andere Gemeinden wirken wieder wie ein Museum. Alles ist verstaubt, Glaube erstarrt und kühl. Es wird versucht, alte Zeiten zu kopieren, aber das Leben fehlt. Kein Zentimeter Veränderung ist erlaubt. Die Dynamik des Geistes ist nicht da. Aber die Gemeinde unseres Herrn lebt, weil Jesus Christus selbst, das Fundament und der Eckstein, ja auch das Haupt seiner Gemeinde ist und der Geist Gottes durchweht das gesamte Bauwerk und stärkt es mit seiner Kraft. Als Steine sind wir alle miteinander verbunden und gemeinsam stehen wir auf diesem festen Fundament Jesus Christus. Wir sind auf Christus gegründet. Zur Ehre Gottes werden wir alle miteinander aufgebaut. Fülle also deinen Platz aus als lebendiger Stein. Du wirst gebraucht. Jesus hat dich gerufen. Gib deine Gaben und Talente ihm und seiner Sache. Bis Jesus wiederkommt, ist die Gemeinde nicht vollkommen. Sie ist und bleibt Baustelle. Darum kann es auch durchaus sein, dass du auch mal enttäuscht bist über deine Mitchristen. Wir sind halt alle noch in Bearbeitung. Aber lasst uns eine freudige Baustelle sein, die nach dem Plan des Wortes Gottes und nach dem Willen des Baumeisters lebt. Gott segne uns alle. Amen.